So, dann kommen wir jetzt zur Kreismeisterschaft. Bestimmt wurde hier der Preis bei den Pony-Einspännern von der Sparkasse West-Nutzala. Und der Preis, der wie Pferdefutterpreis, hier die Erdenpreise. Es siegte und somit wird der Kreismeisterschaft im Pony-Einspänner der kombinierten Prüfung siegte. Die Gespannung Nummer 64, Katharina Rath und Wolf Greencatcher.